Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und heute spielen wir wieder eine Total War Saga und zwar Thrones of Britannia Ähm, ja, die letzte Folge war ja eigentlich dieser, äh, Kampf mit den, wie hießen die nochmal? Fort Rio? Fort Rio, keine Ahnung Auf jeden Fall, ähm, mit 20 Einheiten haben sie angegriffen, wir hatten glaube ich 15 oder 16 die waren leicht, äh, besser und, also hatten mehr Männer Aber wir haben sie halt dank des Waldes besiegt oder sagen wir mal erstmal zurückgeschlagen Ich habe noch nicht die Runde weitergemacht So, jetzt müssen wir mal gucken, was können wir hier nochmal machen? Neue Rekrutierungsmöglichkeiten, Ostmänner Streiter, Ostmänner Ackskrieger Ich würde sagen, wir gehen erstmal 15 auf Nahkampf So Die sind immer noch unglücklich Ah, das sind doch die Fasantypen, gegen die wir auch kämpfen Genau, und Stratklut, die uns das da weggenommen haben Gebäudereparatur, das ist sogar in der Stadt Da, machen wir mal schnell, zack So Der König Eirik Kann wieder aufsteigen Machen wir erstmal Streiter voll Und als nächstes der Stadthalter Und da kriegt er nochmal einen Priester So, damit er uns die Treue hält Ja, ich bin mal gespannt Ob der sich jetzt zurückzieht Oder da hängen, äh, stehen bleibt Ich bin überlegen, ob ich jetzt noch Ja, komm Glauben wir nicht Ach, wir haben keinen Korn Fuck Das sehe ich ja jetzt erst Gut, nächste Runde Schade, ich wollte eigentlich gerade rekrutieren Damit wir nächstes Mal mit, ja Dass wir mindestens eine Mehrheit haben Oder Gleichstand von den Einheiten her Wenn jetzt natürlich der Winter kommt Dann friert er sich nämlich hier die Eier ab Dann ist er nochmal geschwächt Und dann können wir im Frühling locker angreifen Locker flockig Ohne, also Naja, raut ab Na dann Lass man ihn doch angreifen Weil wenn der jetzt wieder zu einer Stadt kommt Naja, das ist voll doof Ach, was wollen die denn schon wieder Tribut Aber ich brauch doch mal ein Tribut für die Boote So Tribut Erfahrungsbonus für Generäle Es kommt nicht immer darauf an Härter zu kämpfen Vielmehr ist es manchmal wichtiger Klug zu kämpfen Ja, aber was bringt mir denn Kulturelle Vorteile Der was Tribut zahlen All das in zahllosen Überfällen Scharmützeln In euren Diensten erworbene Wissen Darf nicht verloren gehen Wenn ihr etwas in der Hinterhand behaltet Hindert ihr eure Feinde daran Mit euch gleich zu ziehen Und so das Kräfteverhältnis Durcheinander zu bringen Jedenfalls in der Theorie Also ich hab das auch so verstanden Wenn du hier genug Tribut hast Dann kannst du Leute auf Expeditionen schicken Ich weiß nicht, ob da selbst ein Schiff erstellt wird Ich würde das gerne mal testen Ähm, wir halten das einfach zurück Ich habe einen höheren Rang erreicht So, nächste Scheiße Der Typ schafft es in die Stadt zu kommen, oder? Verweist ihr nachkommen Naja, flieht natürlich Und wir kommen nicht hinterher Verdammt, ich hätte vorhin angreifen sollen Verdammt, ey Beide sind im Krieg Frieden Ostanglingen Oh, scheiße Und wieder ein Stadthalter Gisli Der kriegt auch mal einen Priester Zack So Jetzt mache ich eine Verfolgungsjagd Ende Winter Nochmal auf die Diplomat-T-Karte So Hier haben sich Rebellen gebildet Genau wie da bei mir Ich sehe aber die Hauptarmee von meinem Kumpel ja gar nicht Von den Orknen, ja Wir haben die Schotten Fast vollständig zurückgetrieben Die Fasan-Leute existieren noch Und die Das ist die Hauptarmee Der darf nicht zurückkommen Der darf nicht zurückkommen Und ich habe ihn eine Runde Vorsprung gelassen Ups, nee, ich spiele fortsetzen Verdammt, das ärgert mich Ich weiß nicht, ob ich hätte angreifen können, aber Wie sieht es hier aus? Feindliches Blut wird fließen Dann warten wir nochmal, bis der Winter vorbei ist Und dann gehen wir hier weiter Und schon ist Winter Ach, wir haben kaum Korn Zwei Korn haben wir nur Oder zwei Getreide Zwei Nahrungs Oh Gott Ich hoffe, es wird kein starker Winter Ansonsten mal echt Ja, kann man machen, komm Habt ja drüben keine Freunde Ich bin froh, ob das Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust nach Irland rüberzufahren Weil einfach die Fahrerei mit den Schiffen mir zu lange dauert Winter Die Krieger sind bereit So Oh Das sind Einheiten weniger Lebt der König noch? Naja, der hieß irgendwie Dunhalm oder sowas So Dunhol Lochlan Hm, das ist bestimmt der Sohn Leid über unsere Feinde Was haben wir hier? Ja, Freundschaftserklärung Wir haben trotzdem nicht so viel Verdammig Können wir noch irgendwo was ausbauen? Ich meine, das bringt uns jetzt nichts mehr Nahrungsmäßig Aber Donut Kann man nur das ausbauen Hm Wir haben ein Nahrungsproblem So Attacke Jetzt rennt er wieder Jetzt haben wir ihn Jetzt haben wir ihn Wollen wir die Schlacht schlagen? Ach komm, eine Winterschlacht hat man auch nicht Ich weiß, wir haben Wir werden das wahrscheinlich locker siegen Laut der KI Aber So dusselig wie ich mich hier anstelle Ähm Werde ich bloß schon hohe Verluste einfahren Er hat Cavalier-Pilenka Er ist massig im Wald Das dürfen wir jetzt nicht unterschätzen Wir haben letztes Mal nur gewonnen, glaube ich Weil wir die Einheiten immer dann Im Wald hatten Ich weiß nicht, ob sie sowas eingebaut haben Jetzt im Nachhinein Kommt es mir vor, als ob sie so Wenn sie Einheiten sehen, dann auf einmal Angst kriegen Oder sowas vielleicht Hm, ich weiß es nicht Aber die sind ja nicht so richtig in den Wald reingegangen Oder vielleicht liegt es einfach an der KI Her, schütze uns vor den Zorn der Nordmänner Unbekannt Nö Die sollen Die Fort Rieu Oder Fort Ach, wie man immer Die Norddrachen sollen unseren Zorn spüren Lassen niemanden auf das erste bestellte Pferd vertrauen Gut, weiter Nebel Das wäre ja ein Nachteil für uns Aber komm, machen wir Äh, ist der doselig? Ich hätte mich hier so schon Also, ich weiß nicht Links Wald und Rechts Wald Ich hätte hier hinten eine tiefe Infanterieeinheit gebracht Dann Bogenschützen hinter Und hier weiter weg Infanterieeinheiten Dass wenn der Feind voll draufprescht Schön von den Seiten Ist doch ein geiler Punkt Vielleicht macht er das auch Fert mir gerade auf Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Ich glaube, einen ist im Wald Der hatte, glaube ich, elf Weil ich mich nicht verzählt hatte Aber Was machen wir? Ja, machen wir doch Bogenschützen nach vorne So Versucht eure Geschossinfarkt Ach, ich muss das mal ausstellen Da geht mir so auf den Keks in der Schlacht Ah, hu General, ah, hu So Sprühen wir mal ein bisschen vor Marschieren, marschieren, marschieren Wir können ja richtig schnell laufen Hop, 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 hop Hop, 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 hop Hop, 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 hop So So Tucken ist er noch. Nicht rennen. Außer Atem, genau das ist aktiv. Spur dich zwar noch mal ein bisschen vor. So, und auch der Frank kommt jetzt in Bewegung. Machen wir es anders. Machen wir es noch kurz. Ne, du bleib mal normal. Ich habe sie mir echt nicht mal vorher ein bisschen aufteilen sollen. Ich habe jetzt auf der linken Flanke, so wie sie hier stehen wahrscheinlich, die Bo... Oh, Sperrkämpfer. Das ist ein bisschen Banane. Ja, kommt mal hier hinter. Hopp, hopp, Krieger! Wartet! Der Feind ist hier! Salve abfeuern! In Deckung! Unser General wird angegriffen! Ja... Er hat noch andere Schützen. Nicht wenig. Zwei Einheiten. Hier sind auch noch Bogenschützen. Feindliche Feuer! Opa! Geschossen! Opa! Opa! Geschossen! Gekko! Der Feil nicht weg geht, das nervt. Letzt. Das war äußerst knapp. Okay. Hier auf die... Geschossen! Ziele an, wie sie... Lern sie das verstellen! Okay. Hier auf die... Geschossen! Geht doch mal in den Tod, Jungs. Gut, dann hier drauf Wenn ich das sehe, haben die keine Schilde, oder? Aber doch Okay, die sind auf jeden Fall gut gelaunt Oh, dass es hier keinen Halt-Button gibt Ein- und Ausschalten So Machen wir mal kurz Pause Auflösen Auflösen Ich habe nur gedacht, er kommt vielleicht mit der Cavalerie Kam er jetzt ja nicht So Was ist das denn? Keilformation, Angriffsgeschwindigkeit Angriffsbonus Nahkampfabwehrmuss 25, okay Nein, schon wieder Hier geht einfach bis in die Richtung Hier in die Der ganze Kram geht hierhin Und die Bogenschützen geben Feuer auf die Armbrustschützen Und go Wir können sie besiegen Ah, den König packen wir mal Cavalerie ist ein bisschen übertrieben Ihr seid nur Kundschafter Schmeißt mit Sperren, aber auch nicht immer Ähm, den machen wir dann irgendwo aus So Die greifen an Entschuldigung, ihr könnt auch Erledigt sie Beeint euch Sie sollen verrecken Sie sollen verrecken, genau Doch die magen Ich weiß nicht noch welche Wir spielen vor unserer Wacht Die Musik Unsere Krieger rennen nach oben Bogenschützen Salbe abfeuern Nehmt sie aus Sie können aus der Nähe und schreien Überrennt sie Schwerkämpfer Nehmt sie aus Schwerkämpfer Macht sie nieder Vorwärts Drogen schützen Zerschlag die Geschosser los Ach, wir müssen in Formation bleiben Wohl einer kann ja hinterherlaufen Sie sind feindliche Generale Ist tot Anvisieren Und schießen General Schwerkämpfer Wenn eure Befüge Werden nichts verlieren Kamalerie Wir schreien nach Ne, wir müssen Metzeln Bei Jesus Bei Jesus Schwerkämpfer Wo ist die Schlacht? Schade Ich habe echt nur eine Cavalerie einladen Aber das ist schon wieder ein Nachteil Ich hätte irgendwie vielleicht Zwei Leute nach hinten packen sollen Zwei Armeen Die Schwerkämpfer Die sowieso an der Seite standen Weil ich doch gedacht habe Dass der noch eine Cavalerie hat Hätte ich hier hinten In den Wald reinpacken können Die hätten in Ruhe wandern können Schlachtbefehl Wird das gemacht Attacke Überrennt sie So, ich metze hier mal ein bisschen weiter Sprung mal ein bisschen vor, damit es nicht so langweilig für euch wird Alle erwischen Aber eh nicht mehr Achso Hier, tippt das Ein bisschen schneller Ja gut, dann lassen wir das Na, die Armbrotsschützung Genau Brauchen wir mal lang für den Einarmbrotsschützen Da, gut Mal gucken, wie hoch unsere Verluste waren Hm, 106 Verluste Ist okay Der Feind natürlich deutlich mehr Und wir haben General getötet Aber nicht wieder Ah, ich weiß nicht Wir haben noch vier Einheiten Okay, das lässt sich verkraften Entschuldigung Dann machen wir das hier Ja, ist wieder einer umgekommen Ist nicht so schlimm So, können wir noch mal Ach schön Komm, zack Diesmal haben wir mal einen Autokampf So Und dann werden wir jetzt zwar im Winter, glaube ich, ein, zwei Leute verlieren Aber Wir können ja quasi Ach, dann nimmt die schon wieder ein Aber wir können ja das hier einnehmen Das ist auch wieder was Ich kämpfe gegen die Armeen Und der Freund da Nimmt alles ein Auch ein Sack Entschuldigung Wenn ich so direkt bin Und so Ah So, bei dem mache ich erstmal noch ein bisschen wilder Damit die Einheiten schneller verstärkt sind Das ist nämlich auch nicht so uninteressant Dann haben wir ja klar Erleitet Verschleiß Und die sind immer noch ein bisschen traurig Aber nur minus zwei Nicht mal minus fünf Korn haben wir immer noch zwei Das reicht noch nicht Das ist zu wenig Und schon ist der Winter vorbei Und wir schreiben gleich das Jahr 18 Ne, 800 889 Ich wollte schon 1800 sagen Schildwahl 95 Männer verloren Nur noch minus eins Ist okay So, und der hat auch die Stadt eingenommen Boah, ich kotze Mann, hab ich einen Frosch im Hals So, ich krieg ihn nicht angegriffen Ach, Mensch Du schimmst so Nein, fehlt nicht Für den Eilvater Für deinen Eilvater Und dann war das, glaube ich, auch die letzte Bastion von diesem komischen Vortrio Und dann sind sie weg So, wie sieht's mit den Fasanköpfen aus? Die gehen mir natürlich auch auf den Sack Verlasst euch auf uns Ja, wir könnten rekrutieren Nein, können wir nicht Nein, nein Ah, fuck Jetzt sind sie noch sauer auf uns Na, egal Dann können wir bald gegen den Krieg Gegen Stratklut So, wir hatten, glaube ich, auch schon die Armee von denen geschlagen Müssen wir das hier belagern Auf jeden Fall machen wir den in der nächste Runde fertig Und wir sind schon wieder durch Ja, kaum Geld Kaum Nahrung Und das dauert noch Genau, eine Runde Ja, und schon ist der Frühling vorbei Ich muss mal einen Schluck trinken Oh, hoffentlich ist der Frosch jetzt weg Oh, er greift uns an Ach Alter Selbst nix gerissen kriegen Dass wir die große Armee platt machen müssen, ja Aber wenn es darum geht, dass wir mal ein bisschen Land bekommen Na, dann kommt der andere hier bei uns in die Quere Nö, soll er selber machen Das sehe ich jetzt nicht ein Das ist mir Wurst Das sehe ich nicht ein Ja, toll Walisischer Aufstand Eine der walisischen Vasalen unter dem Joch der Angelsachsen hat sich befreit Sie haben ihre Unabhängigkeit erklärt Und das Schwert gegen ihre ehemaligen Herren erhoben Dieser neue Konflikt könnte sich äußerst destabilisierend auf die Region auswirken Ja, gut, dass wir da nicht sind Und uns das quasi am Arsch vorbeigeht Würde ich mal so behaupten, ne So eigentlich hier unten Oh gut Wir sind trotzdem noch sehr weit im Norden Alter, dieser Fasan-Kopf, ne Haut er ja jetzt ab Mehr können wir nicht Ah, ich hab ja kein Korn Mensch, wie viel kostet das denn jetzt so ein Generalaufsteller Nö, aber den mag ich ja eh nicht, ne Das war dieser komische, eklige Typ Gut, das sind schon mal 10 Korn Aber rekrutieren kann er nicht Den mag ich eh nicht Den wollte ich, glaube ich, mal loswerden Den wollte ich ja töten Aber ist halt nicht gestorben So, mit den Schotten haben wir ja gerade keinen Krieg Das heißt Da ist seine Armee Das heißt, ich könnte den Sohn wegführen Und die Rebellion hier unten schlagen Boah, dann erklären wir, wenn wir den Typ hier weg haben Erklären wir den Schotten, den Krieg Dann haben wir die weg Und dann vielleicht noch Stratcloth Und dann haben wir hier Sieht's doch schon mal gut aus Wenn wir das mit der Nahrung hinkriegen Wahrscheinlich deswegen so wenig Nahrung Weil wir so viele Leute da sind Also so viele Krieger Landwirtschaft Kornkammer Hm Oh, doch hier Militärische Unterstützung Faustkämpfer Faustkämpfer Okay, was soll ich damit Vermögliche ich den Bau Faustkämpfer Schade, ich hätte irgendwie noch gedacht Dass es vielleicht irgendwas gibt Womit ich noch mehr Mehr an Nahrung komme Ich kann die Versorgung steigern Schade Oh, was ist das denn? Nahrungsversorgung der Einheit wird geringer Oder plus Plus ein Versorgung Fraktionsweit Tja Der kann nicht Der kann auch nicht Ja, wir führen euch zur Ruhe Mit Widerstand kannst du selber machen Ja Dann kommen wir zurück Aufbrechen Dann kannst du gar Ach, der war ja auch gar nicht so schlecht hier Na doch Geht's in 12 Ne, geil Der kann ja erstmal hier hin Achso, wir können auch Was erforschen Ost-Hirt-Männer Nordische Hersen Ähm Ist ja toll, dass ich dann halt Ein Irgendwelche Krieger Rekrutieren kann Aber es wäre geil Wenn Ja, wenn es noch irgendeine Information geben würde Was die Krieger können Ich kenne die Ost-Männer-Streiter nicht Und Axt-Kämpfer Was sind, äh Hirt-Männer? Ost-Hirt-Männer Ich habe keine Ahnung Ah Vielleicht wäre es erstmal sinnig Einen Strang zu Machen Weißen Streiter sind wahrscheinlich Die Grundbausatze hier quasi Von dem Und hier gibt's schon dann Die Berserker Ersätze Schildbeißer Hier haben bestimmt einfach Bestimmt nur ein bisschen mehr Angriff Und ein bisschen mehr Ein bisschen mehr Rüstung Hm, wir machen das erstmal Und dann ist schon der Sommer Und dann ist schon der Sommer Was Nahrung angeht Alles aufgebaut Hochgezogen Und es fehlen einfach so ein bisschen Ländereien Und wieder eine Fraktion zerstört Noch eine Oh, Überschwemmung Reiche und Arme Wir haben keine Nahrung Oh Mann Na ja gut, dann stirbt er Den mag ich ja nicht Den Typen Dann dürfen wir jetzt zurück Und dann machen wir jetzt hier eine Hin- und Herspiegel oder was Ach komm Ne Welchen Weg geht er? Den geht er da Okay Was heißt wie doll ist denn alles kaputt Na Nahrung würde ich schon geil finden Wenn das funktioniert Ach komm, das war da rüber auch Bin mal gespannt Der wird bestimmt hier nicht über den Fluss kommen Und nicht Alt-Klut angreifen Da wird bestimmt wieder zurück rennen Ist ja schön, der immer hin und her rennen Hm Ich will kein Wachbosten Wir brauchen Nahrung Auch den Turm will ich nicht bauen Unsere Feinde sollen untergehen Oh, das bringt 20 plus Nahrungsproduktion Auch wenn es jetzt alle In der Provenz minus 4 Ja Ich sage mal Traurigkeit Aber machen ist mir egal Wir brauchen das Wir brauchen Nahrung Gut, und haben kein Geld Und dann ist das der Herbst Ja, ich bin echt gespannt Was die Fasanköpfe sich hier ausdenken Ob er sich stellt König König Fragezeichen Ne Kormak Oder Kormak Oder Kormak Ich habe aber auch ein Kormak Bloß anders geschrieben Mit K Und äh Na egal Ähm Mal gucken wie der sich entscheidet Ob er jetzt Alt-Klut angreift Was sie nicht lange Was bringt Weil dann kommt die Armee Und ja Fickt ihn Oder ob er zurück rennt Um vielleicht weitere Einheiten zu rekrutieren Ich weiß es nicht Ich bin gespannt Ich hoffe ihr auch Und ähm Ja Wenn euch das Video gefallen hat Ähm Ja Dann Gebt einen Daumen Oder ein Abo Wäre ganz schön Kann noch ein paar gebrauchen Und ansonsten würde ich sagen Ja Ich wünsche euch noch viel Spaß Bis zum nächsten Mal Ne Haut rein Ciao